Die Roten Pandas sind die neuen Lieblinge im Opel Zoo. Für sie macht ihr Pfleger fast alles. Ich bin hier, um Rambus zu schneiden für die kleinen Pandas. Die kleinen Pandas haben wir jetzt ungefähr ein Jahr, seit letztes Jahr Ostern. Und haben sich super eingewöhnt. Haben mittlerweile auch Gesellschaft gekriegt von den kleinen Mondjacks. Das sind Zwerghürsche. Und mit denen verstehen sie sich auch super. Und worauf wir halt hoffen bei den kleinen Pandas ist, natürlich auf Nachwuchs. Weil ich habe da vor ein paar Wochen was gesehen. Das sah ganz gut aus. Also die haben sich besser verstanden als sonst je zuvor. Und jetzt gucken wir mal, ob da was passiert ist. Wenn was passiert ist, findet der Wurf immer zwischen 16 Uhr und 9 Uhr statt in ihrer Aktivitätsphase. Hallo mein Schatz. Und, habt ihr schon Hunger? Wir hatten halt das Pech im letzten Winter, dass es mal einen Tag und eine Nacht so weggeschneit hat. Und wie man sieht, ringsherum um die Anlage ist Bambus gepflanzt. Und, naja, der Schnee hat sich auf den Bambus gelegt. Der Bambus bog sich runter, direkt in die Anlage. Und, ja, den Zeitpunkt haben sie dann nur abgewartet. Haben sich auf den Bambus geschwungen und zack, nach draußen. Bärenalarm im Taunus. Einen Tag später haben wir sie aber zum Glück so 100, 200 Meter vom Zoo aus gestellt und wieder eingefahren. So, Vorsicht. Matschig. Kommt mal, ihr Süßen, kommt mal. Die beiden neuen Opelianer sind vom Wesen her ganz unterschiedlich. So, halt das Stielchen weg. So, da haben wir schon die Luri. Kannst kaum erwarten. Hallo mein Schatz. Tja, also mittlerweile, man sieht's. Haben keine Angst mehr. Sitzt direkt vor mir, die Luri. Und stört sich überhaupt nicht mehr an mir. Also, das ist wirklich das, was sich nach dem Ausbruch dann gravierend geändert hat. Also, die sind froh, wieder zu Hause zu sein, kann man sagen. Und ihr lecker Futter zu kriegen. Die Luri hat so die Vorliebe Banane. Wenn der Matt sich dann irgendwann mal runter traut, der schnappt sich dann die Weintrauben. Aber vorerst zieht Matt den sicheren Rückzug nach oben vor. Tja, typisch Mann. Ja, denn Matt ist auf jeden Fall schüchterne. Der braucht immer eine Weile. Also, ich versuche natürlich jetzt mehr und mehr den Kontakt zu ihnen aufzubauen. Weil, wie man sieht, sind ja recht zutraulich. Und werde sich dann daran gewöhnen, dass ich sie streichele, dass ich sie überall anfasse. Und, naja. Gut, wollen wir mal sehen, wie das klappt. Immer mit Vorsicht genießen das Ganze. Weil, wenn die einmal zupacken oder zuhauen mit den Krallen, wird natürlich sehr schmerzhaft werden. Also, vielleicht kann man das ja gerade mal sehen. Also, die Krallen sind so stark ausgeprägt, dass sie natürlich gut in den Bäumen unterwegs sind. Das brauchen sie natürlich. Weil, wenn sie auch mal auf den Boden kommen, dann irgendwo ja nur, um vom Bambus zu Bambus zu kommen. Genau, schnuppern darfst du, ne? Ich versuche das wirklich jetzt ganz langsam anzugehen. Den direkten Körperkontakt mit mir aufzubauen, um später dann wirklich mal mit ihnen tierärztliche Untersuchungen durchzuführen, ohne dass man sie fangen muss. Das dürfte bei dem schüchternen Mett ohnehin nicht ganz einfach sein. Mett scheint darauf zu spekulieren, dass es vielleicht noch eine andere Leckerei gibt. Und, richtig. Na, ich feste jetzt erstmal hier den Bambus. Natürlich erhöht. Also, nicht gerne vom Boden fressen. Bambus in mundgerechter Höhe. Der lockt auch Mett von seinem sicheren Hochsitz. Ja, es macht natürlich super viel Spaß jetzt. Wenn die so zutraulich werden, da bleibe ich auf jeden Fall dran. Und wir auch. Vor allen Dingen, wenn es bei den kleinen Katzenbären bald auch noch was Kleines geben sollte. Der knapp zweijährige Mett stammt übrigens aus der Tschechischen Republik. Die dreijährige Luri wurde in Madrid geboren und kam über einen kurzen Zwischenstopp in Frankreich nach Kronenberg. Die beiden sind also weit gereicht. Die letzten Tage haben sie schon immer direkt vor mir aus dem Schäfchen gefressen. Und jetzt werde ich mal schauen, was sie sich so alles gefallen lassen von mir. Ich werde sie dann auch direkt mal versuchen anzufassen. Einfach mal schauen, wie sie darauf reagieren. So, mein Schatz, komm mal hoch hier. Komm mal hoch hier. Na komm. Super. Süß. Feines Mädchen. Also ich versuche, die Tiere dazu zu bringen, mit mir Körperkontakt zu haben. Um das mal irgendwann vielleicht mal so als tierärztliche Behandlung auch zu überführen. Dass das für sie also ganz normal ist. Hast aber Hunger, Süße. So, der Mett kommt mal rüber. Komm mal, komm mal. So, der ist heute nicht so gut drauf. Vielleicht ist er einfach mehr an Luri interessiert als an Michael. Zudem ist die Kontaktaufnahme zwischen Mensch und Tier nie ganz unproblematisch. Man darf natürlich nicht vergessen, es sind kleine Raubtiere. Ja, die haben auch richtig ein Raubtiergebiss. Und auch sehr scharfe Krallen. So, der Mett hat das gerade mal mitgekriegt, dass ich ihn streichel. Aber so an sich hat er das ja super, sich super gefallen lassen. Das wiederum freut den Pfleger. Super Glücksgefühl. Wahnsinn. Also hätte ich nie gedacht, dass die so zutraulich nochmal werden. So, der Mett hat schon genug, der hat sich zurückgezogen. Hier im Opel Zoo kann er nämlich ungestört fressen. In der Natur ist das anders. Kleine Pandas sind in freier Wildbahn sehr bedroht. Es gibt nur noch ganz wenige. Und in den Zoo sind letztendlich ja wirklich die Bemühungen groß, die deswegen nachzuziehen. Also man sieht, auch das ist okay für sie. Super, Schatze. Als wenn man das täglich macht, so hat das den Anschein. Das ist wirklich das erste Mal jetzt. Oh lala. Super. Ist gut, mein Schatz. Ursprünglich stammen die Katzenbären aus dem Himalaya und dem chinesischen Bergland. Aber das Heilklima im Taunus scheinen sie ebenso zu mögen. So wie Michael, die Pandas. Also die wachsen immer mehr ans Herz dadurch. Durch diese Kontaktaufnahme ist natürlich was ganz Schönes. So, jetzt reicht's ja Louis auch. Na, aber für den Anfang war das ja klasse. Finden wir auch und freuen uns jetzt schon. Auf Nachwuchs.